Hallo, ich bin Marlin. Willkommen auf dem YouTube-Kanal Romimet. Heute sprechen wir über die Anatomie eines der wichtigsten Teile des Verdauungstraktes, die Speiseröhre, auch Ösophagus genannt. Aber bevor wir anfangen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und gebt dem Video ein Like, wenn euch das Thema interessiert. Also legen wir los. Der Ösophagus, oder auf Deutsch die Speiseröhre, ist ein muskuläres Rohr, das die Nahrung von der Mundhöhle zum Magen transportiert. Er hat eine Länge von etwa 25 bis 30 cm und verbindet den Rachen, also den Pharynx, mit dem Magen. Die Hauptfunktion des Ösophagus ist der Transport von Nahrung und Flüssigkeiten zum Magen durch peristaltische Bewegungen. Er verhindert den Rückfluss durch spezielle Schließmuskeln, die sogenannten Sphinkter. Die Histologie des Ösophagus, also der Aufbau seiner Gewebeschichten, wird in einem separaten Video ausführlich behandelt. Zuerst reden wir über die verschiedenen Abschnitte der Speiseröhre und ihre Lage in Bezug auf das Peritoneum. Die Speiseröhre wird in drei anatomische Abschnitte unterteilt. Der Halsabschnitt, der etwa 5 cm lang ist, beginnt in der Höhe des sechsten Halswirbels, wo der Rachen in die Speiseröhre übergeht. Er verläuft hinter der Luftröhre und vor der Halswirbelsäule und erstreckt sich vom Musculus cricopharyngeus, der den oberen Speiseröhrensphinkter bildet, bis zur oberen Thoraxapertur. Der Brustabschnitt, der etwa 20 cm lang ist, liegt im hinteren Mediastinum, hinter der Luftröhre und vor der Wirbelsäule. Er kreuzt in der Höhe der Brustwirbel 4 bis 5 die absteigende Aorta und den linken Hauptbronchus und tritt in der Höhe des zehnten Brustwirbels durch den Hiatus Ösophageus des Zwerchfells. Der Bauchabschnitt, der nur etwa 1 bis 3 cm lang ist, ist ein sehr kurzer Abschnitt nach dem Durchtritt durch das Zwerchfell. Er mündet in den Magen an der Kardia in der Höhe des elften Brustwirbels und enthält den unteren Speiseröhrensphinkter. Die Lage der Speiseröhre zur Peritonealhöhle variiert je nach Abschnitt. Der Halsabschnitt und der Brustabschnitt sind primär extraperitoneal, da sie sich außerhalb der Peritonealhöhle im Mediastinum befinden. Der Bauchabschnitt ist sekundär-retroperitoneal, da dieser Abschnitt nur teilweise vom Peritoneum bedeckt ist. Die Speiseröhre liegt in der Umgebung der Bursa omentalis, nahe der Leber und des Magens. Im Ösophagus gibt es enge und weite Stellen. Die engen Stellen sind die obere Engstelle oder Constrictio pharynguesophagealis. Sie liegt am sechsten Halswirbel. Sie ist 15 cm von den Schneidezähnen entfernt, beim obere Engstelle anderen Speiseröhrensphinkter. Dann die mittlere Engstelle oder Constrictio bronchoaortica. Sie ist bei Brustwirbeln 4 bis 5. Sie wird durch den linken Hauptbronchus und den Aortenbogen geformt. Und die untere Engstelle oder Constrictio diaphragmatica. Sie liegt beim zehnten Brustwirbel am Hyatus oesophageus des Zwerchfells. Die weiten Stellen hängen vom Muskeltonus ab. Sie sind meist im Brustbereich. Ich erkläre zunächst kurz, dass die Speiseröhre zwei Essenziele Schließmuskeln besitzt. Den oberen Oesophagusfinkter und den unteren Oesophagusfinkter, die beide entscheidend sind, um den Nahrungsfluss zu steuern und gleichzeitig das Eindringen von Luft oder den Rückfluss von Mageninhalt zu verhindern. Der obere Schließmuskel schützt die Atemwege und sorgt für einen reibungslosen Übergang beim Schlucken in die Speiseröhre, während der untere Schließmuskel den Zugang zum Magen reguliert. Jetzt gehe ich auf die Faktoren ein, die den oberen Oesophagusfinkter verschließen. Der obere Oesophagusfinkter ist eine hochdruckaktive Zone am Übergang vom Rachen zur Speiseröhre, die verhindert, dass während des Einatmens Luft in die Speiseröhre eindringt und die oberen Atemwege vor gastroösofagialem Reflux schützt. Er besteht aus quergestreifter Muskulatur, vor allem dem Musculus cricopharyngeus und teilweise dem Musculus thyropharyngeus und befindet sich in einem tonischen Ruhetonus, um die Speiseröhre geschlossen zu halten. Da er aus quergestreifter Muskulatur besteht, unterliegt er einer willkürlichen Steuerung durch die motorischen Fasern des Nervus glossopharyngeus und des Nervus vagus, wobei der Nervus laryngeus-Rekurrenz, ein Ast des Nervus vagus, der wichtigste Nerv für die motorische Innervation ist. Während des Schluckens wird der obere Oesophagusfinkter durch hemmende Neurone im Schluckzentrum der Medulla oblongata im Hirnstamm kurzzeitig entspannt, gefolgt von einer schnellen Rekontraktion, um Luftaspiration und Reflux zu verhindern. Der Einfluss von Hormonen auf den oberen Oesophagusfinkter ist geringer als beim unteren Schließmuskel. Aber Acetylcholin fördert seine Kontraktion, Serotonin kann den Tonus modulieren und Opioide erhöhen den Tonus, was bei einer Opioidtherapie zu Schluckbeschwerden führen kann. Anatomisch ist der Musculus cricopharyngeus die wichtigste Struktur für den Verschluss und die elastische Verbindung zur Lamina der Cartilago cricoidea am hinteren Teil des Kehlkopfes unterstützt ein schnelles Verschließen. Normalerweise herrscht ein positiver Druck im oberen Oesophagusfinkter, um die Speiseröhre geschlossen zu halten. Doch beim Schlucken wird dieser Druck kurzzeitig gesenkt, damit die Nahrung passieren kann, bevor eine schnelle Kontraktion erfolgt. Eine Schwäche des oberen Oesophagusfinkters erhöht das Risiko für oropharyngealen Reflux, Aspiration und die Bildung eines Zenker-Divertikels, während ein erhöhter Tonus zu Schluckstörungen und dem Gefühl eines Kloßes im Hals führen kann. Eine Schädigung des Nervus vagus oder des Nervus laryngeus Rekurrenz kann den Schließmuskel schwächen und eine Aspiration begünstigen. Der obere Oesophagusfinkter spielt eine entscheidende Rolle beim Schlucken und beim Schutz der Atemwege, weshalb seine Funktion besonders in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Neurologie und Gastroenterologie von großer Bedeutung ist. Der untere Oesophagusfinkter ist eine funktionelle Barriere zwischen Speiseröhre und Magen, die den Rückfluss von Magensäure verhindert. Er besteht aus glatter Muskulatur, die eine tonische Kontraktion aufrecht erhält, die intrinsisch myogen ist, das heißt, sie wird direkt durch die Muskelzellen selbst erzeugt und benötigt keine neuronale Stimulation. Der Nervus vagus hat über exzitatorische kohlinnige Fasern mit Acetylcholin eine kontraktile Wirkung auf den unteren Oesophagusfinkter, während hemmende Fasern mit Stickoxid und vasoaktivem intestinalem Peptid den Sphinkter während des Schluckakts entspannen. Der Sympathikus unterstützt über Alpha-Adrenerge-Rezeptoren den Tonus des unteren Oesophagusfinkters. Hormonell verstärkt Gastrin den Tonus des unteren Oesophagusfinkter, Motilin unterstützt die Kontraktion, während Progesteron den Tonus reduziert, was häufiges Sodbrennen in der Schwangerschaft erklärt. Anatomisch verstärkt erhöhtes Winkel zwischen Speiseröhre und Magen die Barrierefunktion und die Zwerchverlänge am Hiatus oesophageus wirkt als externers Finkter, der den Verschluss unterstützt. Ein erhöhter intraabdominaler Druck, beispielsweise durch Übergewicht oder Schwangerschaft, kann den unteren Oesophagusfinkter belasten und Reflux begünstigen, aber normalerweise wird er durch den intraabdominalen Anteil der Speiseröhre zusätzlich geschlossen gehalten. Eine verminderte Funktion des unteren Oesophagusfinkters führt zur gastroösofagialen Refluxkrankheit mit Symptomen wie Sodbrennen, während ein übermäßiger Tonus zur Achalasie, einer Störung der Speiseröhren Motilität, führen kann. Diese Faktoren sind entscheidend für das Verständnis von Refluxkrankheit und anderen Motilitätsstörungen der Speiseröhre. Lass uns jetzt zu den Leitungsbahnen des Oesophagus übergehen, also zu den Arterien, Venen, dem Lymphabfluss und den Nerven. Die arterielle Blutversorgung des Oesophagus erfolgt segmental aus verschiedenen Quellen. Im cervikalen Abschnitt versorgt die Arteria thyroidea inferior, ein Ast der Arteria subclavia, den oberen Teil der Speiseröhre. Im thorakalen Abschnitt versorgen die Rami Oesophagialis aus der Aorta thoracica, den mittleren Abschnitt. Im abdominalen Abschnitt gibt die Arteria gastrica sinistra, ein Ast des Trunkus coeliacus, Äste an den unteren Oesophagus ab und die Arteria frenica inferior trägt ebenfalls zur Versorgung bei. Diese segmentale arterielle Versorgung ermöglicht eine gute Durchblutung und ist bei Operationen oder Ischemien klinisch relevant. Der venöse Abfluss der Speiseröhre erfolgt über ein plexiformes Venennetz, das sowohl in den systemischen als auch in den portalen Kreislauf drainiert. In den oberen Abschnitten drainieren die Venen hauptsächlich in die Vena thyroidea inferior und weiter in die Vena brachiocephalica. Im mittleren Abschnitt erfolgt der Abfluss über die Vene oesophagialis in die Vena acygos und Vena hemiazygos, die letztendlich in die Vena cava superior münden. In den unteren Abschnitten drainieren die Venen über die Vena gastrica sinistra in die Vena porta hepatis, wodurch eine wichtige portokavale anastomose entsteht, die bei Leberzirrhose klinisch bedeutsam ist, da hier oesophagus varizen entstehen können. Der Lymphabfluss des oesophagus erfolgt segmental und mündet in verschiedene Lymphknotenstationen. Im cervikalen Abschnitt fließt die Lymphe zu den Nodi lymphatici cervicalis profunde. Im thorakalen Abschnitt erfolgt der Lymphabfluss über die Nodi lymphatici tracheobronchialis und Nodi lymphatici mediastinalis posteriores. Im abdominalen Abschnitt drainiert die Lymphe in die Nodi lymphatici gastrici sinistri und weiter zu den Nodi lymphatici ciliaci. Dieser segmentale Lymphabfluss hat große onkologische Bedeutung, da oesophaguskarzinome frühzeitig lymphogen metastasieren können. Die Innervation des oesophagus erfolgt durch das vegetative Nervensystem und das enterische Nervensystem. Die parasympathische Innervation wird durch den Nervus vagus, den zehnten Hirnnerv, gewährleistet, der sowohl motorische als auch sensorische Fasern zur Speiseröhre liefert. Der rechte und linke Nervus vagus bilden den Plexus oesophagus, der sich weiter nach Kaudal zum Truncus vagalis anterior und posterior entwickelt. Die sympathische Innervation stammt aus den Ganglia thoracica des Truncus sympathicus und verläuft über die Nervi splanchnizi, wobei diese Fasern die Kontraktion der Muskulatur und die Sekretion der Drüsen modulieren. Das enterische Nervensystem des oesophagus enthält ein eigenes plexiformes Nervensystem, das dem Plexus Myentericus, auch Auerbach-Plexus genannt, und dem Plexus submucosus, auch Meissner-Plexus genannt, zugeordnet ist und diese Plexus sind für die peristaltische Bewegung der Speiseröhre verantwortlich. Die genaue Kenntnis der arteriellen Versorgung und der Innervation des oesophagus ist besonders wichtig für die Chirurgie, Gastroenterologie und die Behandlung von Erkrankungen wie Achalasie oder Refluxkrankheit. Vielen Dank, dass ihr dieses Video bis zum Ende geschaut habt. Wenn euch die Erklärung gefallen hat, abonniert gerne den Kanal Romimet, gebt dem Video einen Daumen hoch und aktiviert die Glocke, damit ihr kein neues Video verpasst. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann, tschüss.